7.36 Uhr, der dritte, dritte 2019. Tja, ohne Unterlass. Haben wir eben schon gehabt. Das ist doch geil, oder nicht? Heute ist Sonntag, nun geht das eh dann schon wieder los. Gestern haben wir schönste Explosionen gehabt. Das war auch der Hit. Tja, das hat er was hier. Unser blauer Wasserdampf. Das ist einfach der Hit. Das muss uns erstmal einer irgendwo nachmachen weltweit. Ein Hotel, das einen Schornstein vor der Tür hat. Fies ist der Brandgeruch. Ich sag euch das, der Wind kommt jetzt langsam auf. Jetzt haben wir es wieder richtig schön hier oben bei uns. Oder ich bei mir auf der Terrasse. Das ist doch geil, weil die natürliche Windbewegung ist hier außenrum. Tja, das ist so der Hit.